Hallo, herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 3 NG+. Wie ihr seht, ich bin hier, ne, habe ich mal ausgelassen, den Kalk muss ja nicht jeder sich wieder angucken. Ein kristallenweisen Gangbang Hushibushi. Mal gucken, ob wir den Spago auch im First Try legen. Ähm, ja, da ist er schon. Let's go, Mufu. Oh, ich bin hier auf die Putze. Oh, 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 oh. Ich will schnell mal einen heben. Oh, Gott. Hm? Oh. Ja, dann stehe ich weiter doof in der Gegend rum. Schauen wir mal an, lieber einen Drink. Oh, verfickter Hulenbaster. Zauberner Wichser. Fuck, weg. Oh. Okay, haben wir. Boah, ich war die Fresse, Junge. Ach, du bist doch scheiße. Ja, kaputt. Voll, voll, voll. Wo war ich der Nächste? Puh. Hoppala. Ich bin gern kurz ein Schraubel. Nach hinten kommt mir auch noch ein. Ach, schnell weg. Na, du Spacken. Ah. Schnellen Süppeln. Da war er, was. Ja, sauber. Fast, schwein. Ja, gut. Keine Waffe. Also, klar. Das Ding hauen sich geil rein, würde ich auch mal sagen. Ja, so ist die Folge gerade mal 2 Minuten 35. Jetzt kann ich ja nicht nur wieder aufhören. Heißt, das, was jetzt gleich als nächstes kommt, ähm, ja, müssen wir halt so mitnehmen. Oder wie, äh, wat. Wo geht's denn jetzt nochmal lang? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Habe ich das Ding geholt? Habe ich den jetzt angeklickt? Ja, naja. Gut, das ist klar. Okay, 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 okay. So, naja, ist auch nicht schlecht. Fünf Folgen, vier Bosse. Ich hätte es in der eigentlichen 4-4 haben können. Ach, hier sind wir jetzt. Ja, stimmt ja. Nur das Dumme daran ist ja gewesen, gerade, dass ich, äh, vorhin, dass ich, äh, vorhin, gerade vorhin, äh, in der einen Folge, gestern, also, für mich war es gestern, war es für mich gestern oder vorgestern? Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich in der einen Folge, wollte ich ja den Dings machen, äh, was ist jetzt los? Wollte ich ja, äh, Wimchen da vorne, hinten rein in seine Kajüte und wusste nicht mehr, wie das geht und, ähm, ja, hätte ich das einfach gemacht. Oder gewusst, dann wäre das alles nicht so wild gewesen und ich hätte hier jetzt, äh, vier Folgen, vier Bosse gehabt. Aber gut, sollte nicht so sein. Guck mal, so sieht der Kopf, wie es uns aussehen, voll mit Leichen ist. Brenn, du Sau! Plumps, boing, schepper. Das war ein Großmachhäte, die nehmen wir nochmal mit. So, jetzt kommt hier Sparso-Mackenkalle, die Missionarin, ich hasse diese Typen, ey. Na, guck mal, hier, die lässt sich gar nicht abbringen davon, dass ich auf sie einprügele, damit müsste sie eigentlich überbrochen werden, aber ein bisschen wurscht, sagt sie. So, das Herold-Set. So, und dann müssen wir jetzt nochmal hier noch, hey, waren ja jetzt die nächsten beiden Typen an der Treppe. Und dann sind wir ja auch schon in der Burg, fällt mir grad mal gleich so auf. Davor könnten wir noch Pharon machen. Wer war denn nochmal Pharon, der Boss? Was war denn da nochmal, der Boss? Oh, ich weiß das gar nicht mehr. So, jetzt kommt es mal in hier. Äußerst wichtig, weil ich muss mal ja ein bisschen sterben. Wer war Pharon, der Boss? Ich weiß das nicht. So, war hier noch irgendwas zum Sammeln? Ich weiß das auch nicht mehr. In der Kathedrale sind wir gleich, um den anderen Satz endlich mal zu vervollständigen. Wo waren wir denn noch gleich? Ach ja, Kathedrale. Warum ist denn das hier? Soll man hier irgendwo gucken? Oder soll man hier beten? Oder was ist hier los, ey? Machen hier so ein großes Ding her und nichts ist dafür vorgesehen oder was? Kann ja auch nicht sein. So, auf jeden Fall ab zu dem Kacker da vorne. Ich weiß nicht, wo sein anderer Kumpel herkommt. Kommt der des Weges oder kommt er von hier? Aha. Kommt bald gleichzeitig. Penis. Hatsch! Hatsch! Gute Nacht. Ja, der Kumpel du umlässt dich vor den Stich, Alter. So, Dropwatt. Du nicht. Ganz elegant, cool gewartet, glanzlässig, ja? Wollte ich eigentlich ausweichen und hab da nichts vollkassiert. So. Ihr wart auch mal schwerer, Freunde. Spinnenschild. Gott, waren das Spinnenschild nochmal. Schön ist, ich hab jetzt alle Sachen nochmal. Und, ähm, ja, kann die ganze Pisse sammeln. Alles, was ich vorher mal aus Versehen, äh, ist ja aus Versehen. Und ja, doch aus Versehen, weil es war ja unwissenderweise, von daher war es ja aus Versehen, verkauft habe. Kann ich jetzt sammeln. Ich kam doch auch mal irgendwie nach oben auf so einen Weg. Bin ich doch irgendwie runter. War das hier? Ach, dann muss ich hier runter und dann weiter, ne? Macht der mir grad irgendwie so ein Anschein, jetzt wenn es da auf einmal wieder, äh, auf die andere Seite. runter geht, aber, siehste, kommen wir jetzt hier hoch, alles klar. Da oben war ja auch immer, glaub ich, zu melden, weil von da bin ich beim ersten Mal durchspielen, ja, ähm, runtergesprungen und auf den anderen rauf und dann kam der andere Typ wieder, siehste? Wappenschild, das ist das Ding, was ich trage, oder? Ne. Äh, gegen Dunkel. Ja, wenn ich mal so ein Dunkelgegner hab, hab ich jetzt auf jeden Fall ein Schild, was mehr, ähm, Dunkelschaden abhält. Das ist auch gut. Dazu müsste man wissen, wer Dunkel macht. Aldrich macht, glaub ich, Dunkelschaden, ne, oder? Ja. Äh. Aha. Also kommt man nur mit Fallschaden runter, oder? Ach, hier geht's auch noch. Ist auch nicht so hoch. So. Dann jetzt mal oben hin und dann ab in die Kathedrale. Da muss man ja auch wieder hier und da und links und rechts und dann den Weg lang und... Oh Gott, wenn ich an den Riesen denk, an den ich vorbei muss, ey. Ja, hau ich dir tot, sammle ich die Sachen ein. Ich laufe einfach durch, ja, was soll ich da schauen. Rolle, Rolle. Eins und Pimmel 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 und Pimmel. Oh, ihr seid scheiße. Achso. Was ist da hinten? Ich pisse mir die ganze Zeit umzuwürdig, Alter. Oh, runter. Ne. So, haben wir euch. Wie viel braucht ihr eigentlich zum Level ab? 93.000. Fick die Henne, Alter. Oh, jetzt kommt er hier. Oh, jetzt kommt er hier noch ein bisschen mehr von diesem Schickimickickickickacki-Kram hier gucken. Weil, äh, ja, ich mach ja hier nicht nur ne 9 Minuten-Folge. Das muss ich ja schon lohnen. Wer war hier, ach, hier war ja diese Diakone des Abgrunds, war ja hier der Boss. Ob ich da so schnell hinkomme? Oh, da muss man gucken, ey. Oh, schafft man das? Ich weiß ja nicht, ey. So, hier sind ja beide Türen zu. Ich kann ja nur über Außen rein, oder wie war das nochmal, ne? So, hier war noch was. Ich krieg ja von der Seite nicht geöffnet. War ja klar, sonst wäre es ja easy. So eine Stachelpatsche haben wir auch für die, die es brauchen und mögen. Nö. So, ich, äh, regenerier erst mal nochmal schnell. Alles klar. Kann wir ja losgehen. Wie war das? Ähm... Kommt er. Ups. Ja. Ich hätte ja vor, die hier unten tönen sollen. Ach, hier gab es so eine erste Scherbe. Stimmt ja. Schlecht. So ein Mist. Was mache ich denn jetzt? Warte mal. Jetzt gehen wir hier erstmal hier unten lang. Oder erstmal oben? Ne, unten. Würde ich sagen. Ach, ne, das ist die Leiter ja noch gar nicht. Wir müssen erstmal oben lang. Da können wir die Leiter runterlassen. Dann können wir hier lang. Und blablablö. Und schigibügi. So, Kante geben. Guten Tag. Hallo. Guten Abend. Und Twinskey. Hier gibt es ja noch das andere Schwert. Astora Großschwert. Das habe ich auch schon ein bisschen aufgebaut. Habe ich damals, seiner Zeit, Arno Domini, benutzt. Aber, ja, ist nicht schlecht. Aber, naja, ich habe bessere gefunden, ne? So. Aber es ist ein ganz gutes Schwert eigentlich. Kann man nicht meckern. Also dadurch, dass ich das Claim-Mor, wie ich im Nachhinein erst erfahren habe, als ich das Claim-Mor dann schon verkauft hatte, dass das ein ziemlich gutes Schwert ist, habe ich dann ein alternatives Schwert besucht als Zweihänder oder so. Und dann kam mir das... Oh, na, der macht eh nichts. Ganz genehm. So. Jetzt weiß ich nicht, ob der Typ gleich wieder mit den Fallen auf uns feuert. Da hinten haben wir noch den Gestörten. Können wir den pullen? Ja. Da kommt er auch schon. Joa. Der war auch mal schwerer. So. Jetzt gucken wir uns mal einfach hier an. Hup! Der Bums! Ob der Typ auch uns schießt mit seinen Pfeilchen wieder. Weil das letzte Mal hatten wir ja auch mit ihm gesprochen, beim ersten Durchspielen. Hat hier aber nicht daran gehindert, ob uns hier mehr... Wo kommt denn das überhaupt? Wo kommt denn das überhaupt rum? Ich glaube, der Schmeißer gegen den Baum. Also er will nur werfen. Ach ja, da gab es ja noch einen Spiller in den Trophen. Wo war ich sonst noch da vorne? Ist auch so. So. So viel tolle Sachen. Aber auch das haben wir eingesammelt. Jetzt müssen wir hier hoch. So. Haut ab hier. Wenn wir hier das Teil einsammeln. Was auch immer hier war. Anti-Fluch-Bussschild. Genau. Das hatte ich ja dummerweise verkauft. Und es war ganz gut irgendwann mal für Flüche. Und da dachte ich mir auch, fuck, hätt's mal nicht verkauft. Jetzt haben wir die Leiter nach dort unten. Blum, blum, blum. Er nervt mich jetzt da unten. Warte mal, hab ich da nichts dagegen? Sennzei, ja. Die ganze Zeit. So. Da kommen wir noch nicht rein. Von der Seite, leider. Rolli, 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 Rolli. Rostige Münze. Immer wieder zwei dazu. Die sollte ich auch mal irgendwann mal benutzen. Anstatt es alle nur zu sammeln. Oder vielleicht ist es ja auch gar nicht so verkehrt. Super. Ich muss mich noch mal runter oder? Ach, guck mal. Oh. Fallenschießen kann nicht jeder. Angst. So. So. Ach ja, diese Scheiße. hab ich einen bock drauf aufpassen mega aus, aber spinnen wir? oh ne noch einer was nimmt sie? ach da unten der feuer bin er hatte ich mich damals sehr mutig wo ich hier runtergelaufen bin und beide losgegangen bin wo geht sie hier lang? geht der lang gelaufen? ach, schön den Rücken noch zugedreht, damit er richtig Schaden machen kann man 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 ey hier gibt doch diese Falle, ich weiß nicht, lohnt sich das einzusammeln? hier war ich hinten ja nie gewesen wegen der Missionarin weiß nicht was es da gibt hallo ey oh 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 ho 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 man roll dich weg du Fotze bin ich denn hier? also was das ist so schlampe ey, geht mir nicht auf den Sack weil ich auch nicht dabei bin ich habe aber nichts mehr jetzt gegen blutungen so dafür können wir jetzt gucken was ist hier so gucken wir mal jetzt und toten jäger amulett ein finger zufällig auch wenn es ein amulett ist ein amulett schen und toten jäger amulett blockiert bedingt ist das was und ding ist das ok naja hier wird nichts mehr sein ach lohnt sich das da hinten ich weiß nicht ja für diese pinzer die von oben runterspringen oh du fick dich du fickfotze du Miststück von Hure flimm penner alter die stelle er immer ne es kostet so viel esslos die scheiße ja und ich komme erst noch dahin wo er gleich richtig abgekommen mit dem bruder nämlich kommen ja da noch mehrere von denen jetzt fallen sie wieder runter noch dazu ich jetzt zum kotzen ach ja es ist einfach nur fuck fick dich du hässlicher kapuzentragender wichser von fotze ey ich hasse dich dieser kleben ey schon ekelhaft war das schon einer nun kommt doch am alter komm im leben komm im leben komm im leben das ist nur dafür oh war einer da ne irgendwo war ja doch noch was unangenehmes irgendwas war doch noch so ein ritter oder was der von irgendwo kommt keine ahnung ein von wo war nicht langschwert hä ok mal gut stört mich sollte mich sollte sich stören jetzt haben wir hier noch die ghetto ninjas kommt er schon jaa bist du hier ein feuersprung auf dem zirrbogel oder ist der andere Freak ey naja so ich komme auf die anderen beiden gestörten alles nur gestörte hier ey ganz voll im bekloppten Haus ey da kommen sie ach hier kann man ach so ich wollte gerade sagen kommt man da nicht rüber oh Jungs äh Jungs haben die Ruhe weg ne was ist denn die Ruhe weg Rümmks rümmks die Bömms Ich kicke und gucke und war da hinten noch mal, ich weiß halt nicht, auf jeden Fall Nervereien. Kommt der denn her? So. So, jetzt sind wir hier und da unten sind die, werd ich die schon sehen, scheiß riesen, hier kam ich mal, der wird jetzt eigentlich bald der Durchgang kommen, oder, oh, ist er neu, was hat der jetzt getroppt, hab ich gar nicht gesehen vor lauter Ekelhaftigkeit hier, 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 hier. Und da geht einem aus und rum. Okay, da dachte ich jetzt mal, was sind das für Viecher, so rotaugen, ja, die drehen wieder voll am Teller, aber waren ja ganz gemächlich, kleine Freaks, wieso gehts nach unten, muss ich jetzt nicht nach oben wieder gehen, oder wohin, ich wollte doch eigentlich, eine Abkürzung, ach ja doch, okay, war doch richtig. So, dann ist die Folge auch vorbei, wir haben ja jetzt das hierhin geschafft. Ja, musste irgendwie die Folge füllen, ja, gleich früh so ein Bosskampf nach zwei Minuten vorbei, was willst ihr da noch, dann musste er irgendwas bringen. Habt ihr leider schon alles gesehen, aber gut, sie waren das Ganze nochmal, wenn man schnell durchgeht. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob es euch gefallen hat. Teilt das Video mit euren Freunden, wäre auch ganz geil. Und er schaut beim netten Darksiders Gaming vorbei, der Typ hilft mir sehr viel, sehr gut, macht auch geile Videos. Also, Gott, wie sehe ich denn aus? Ui! Ich bin ein ganz mieses Stück, ey. Auf jeden Fall, genau, guck mal hier bei mir auf jeden Fall rein und macht ganz geile Videos, hilft mir immer sehr viel. Daran nochmal, keul an dich jetzt hier mal, nochmal so per Sprache ein dickes Dankeschön. Ja, wie gesagt, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge alle mal hoffentlich wieder. Und bis dahin, Hand vorm Sack. Also, bis zum nächsten Mal, tschau. So, hallo, das werde ich hier jetzt hinten nochmal ranhängen an die Folge von eben gerade. Das heißt, ich schneide das so zusammen, dass ich in einer Folge zwei Bosse kille. Weil ich bin jetzt schon relativ wenig gut durchgekommen, hier schon bei dem Diakon hinten. Ach, hier wäre das Fluchschild, glaube ich, doch jetzt gut, oder? Irgendwann war doch hier mit einem Fluch, der mich irgendwie umgesäbelt hätte, hat, wird. Mal gucken, wie schwer das teilt, das ist, glaube ich, zu schwer, das kann ich jetzt nicht tragen. Schnell mal gucken. Nee, das wiegt ja ordentlich. Ah, ah, okay. Müssen wir so hinkriegen. Also Leute, jetzt geht's los, nächster Bosskampf. Geht hier wie Mäuse ficken. So. Okay. und das ist der ist der ist warten das war mal auf krieg einer was und ja ich nicht ich das ist das ist was ich Scheiße, Scheiße. Oh, oh. Oh, Perfekt. Perfekt. Leute. Es ist er. Hängt doch. Haben wir ihn doch. First Fight. Kleine Puppe, jetzt haben wir die auch. Ja, dafür wieder ein Video anschmeißen. Ja, für drei Minuten hätte auch nichts gebracht. So, dann nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt das Video gerne. Schreibt was in die Kommentare. Abo dalassen. Darksiders Gaming abonnieren. Und auch anschauen natürlich. Mich abonnieren. Meine Videos teilen und liken und kommentieren. Und bis zur nächsten Folge. Und immer noch die Hand vom Sack vorne. Also bis dahin, haut rein.